Hi meine Freunde, heute mache ich eine Challenge von Sascha Huber, 1000 Klimmzüge in einer Stunde. Ich habe es noch nie gemacht, ich probiere es einfach mal aus, mal gucken, ob das was wird. Mal gucken, ob der hier überlebt. Ich habe einen Smoothie auch gemacht, da ist alles drin und wir fangen jetzt erst mal an. 3, 2, 1, go. Let's do it, die Zeit läuft. 3, 4. 4 knallen schon, 1000 Stück, Sascha hat 826 Stück geschafft. Ich habe auch hier meine Freundin dabei, die schaltet mir das jetzt alles auf, jeden Klimmzug, die zeigt es gerade. Wie viele habe ich schon? 9. 9 Stück. Alter, wie schafft ihr denn? 846 Stück. Ich kann ja jetzt schon nicht mehr. Oh mein Gott. Ich muss sagen, ich habe auch so selten Klimmzüge gemacht, aber das Video von Sascha Huber hat mich so motiviert. Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt einfach. Auch einfach ihn zu unterstützen, dass man ihn noch besser kennt, weil er ist eigentlich wirklich sehr sympathisch. Ich glaube, es zählt, ja. Okay. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob das zählt, wenn der Kopf so halb hier oben ist. Einer noch, dann hast du 20. Ja, ich habe gleich 20, einer noch. Der Merk wird auch eigentlich mal, wenn man den Unterschied kennt von Sascha Huber, wo der das gemacht hat, was für eine Power der eigentlich hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser geht. Was war, du hast gesagt 240, ne? Ja, meine Vorstellung war 240. Ich habe jetzt wie viel? Äh, 10, 20, 24. 24? 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 41? 24? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich höre gerade zwei noch. Dann habe ich wie viele? 80. Dann habe ich meine 80. Das ist doch schon mal schön. Dann ist das ein Rekord für mich eigentlich schon mal. So viele Klimmzüge habe ich noch nie gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr, was ich am Ende, wenn die Stunde rum ist, wie viel ich schaffe? Du hast jetzt noch genau eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde habe ich noch. Was meint ihr, wie viel schaffe ich? Dann würde ich mal gerne wissen, was ihr von mir denkt. Und habt ihr schon in den Kommentaren geschrieben, was ihr meint, was ich schaffe? Wenn nicht, mach das mal jetzt. Das war während das Brot, ey. Das war auch klingelig. Mach das jetzt oder wie? Ein Arm? Nein. Was meint ihr, schau, wie viele schaffe ich mit einem Arm? Eins. Ah doch, nur eins. Aber der eine zählt aber. Den zählt, den schreibst du da auch. Ähm, der ist auch ein Dokument. Ja. Oh. Ja. Nein. Ja. Musik Boah, die ganze Zeit, dass meine, dass irgendwo die Kraft kommt, okay, let's go. Oh, die ist noch nicht da, energy messen, naja, 120. 120, 120. Geil, für die Hälfte eigentlich hab ich das, ich hab mir ja auch 240 Meter vorgestellt, dass ich das schaffe aber jetzt habe ich natürlich 120, die Hälfte habe ich eigentlich jetzt geschafft. Acht Minuten hab ich ja noch. Sieben Veater. Oh, komm, die 130 schaffe ich noch. Vielleicht schaffe ich so noch drei. Das schaffe ich mit einer Hand mehr als so. Das ist doch kein Sinn. Immer nur eine halbe Stunde auf. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's weiter. Die Kamera ist gerade ausgegangen. 15 Sekunden. 15 Sekunden doch. Ich kann nicht mehr. 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Geschafft. Eine Stunde. Ich habe jetzt 100. 131. 131 geschafft. Ey. Bekloppt. Wirklich bekloppt. Schön, dass ihr das Video zu Ende angeguckt habt. Es war geil. Die Muskeln tun immer noch weh. Ja. Ey. Vergiss nicht zu abonnieren. Teilt das Video. Schreibt bei Sascha Huber in den Kommentaren. Ey. Einer hat versucht deine Challenge zu knacken. Ich habe es leider nicht geschafft. Aber hat Spaß gemacht. Ey. Bis nächstes Mal. Hab euch lieb. Bleibt gesund. Ciao. Ja. 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 Ja.